Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde ähm, genau. Ich hoffe du hast da unten noch eine bessere Rüstung wie das was hier bei mir oben liegt. So, wir haben natürlich ein Volkjünger, deswegen holen wir auch mal die ganzen Wölfe. Ich mach mal ne Spitzhacke. Ne? Und ich spiel mit der eins... Sieben? Okay, ich spiel mit der eins Sieben noch spielte. Ja. Dein Ernst. Stieß mal auf. Komm sie mal mit hinterher, dann... So. Hast du, Dings, ein besseres Schwert? Ich hab ein Dierschwert, wie immer. Ja, mach mir auch mal ein Dierschwert. Und ich mach mir aus den fünf Dings ne Eisenschuhe. Ich mach erst mal ne Eisenbrust. Ich mach erst mal ne Eisenbrust. Äh, kannst du mir mal nicht machen, ich hab Lederrüstung an. Ich hab noch so andere Sachen. Ich hab noch so andere Sachen. Ist nicht so, dass ich nix habe. Oder nimm diesen Brust, der ist besser. Ja. Ja. Äh, ja. Okay, dann lass mal. Erstmal dich vom Kompass entfernen. Hast du denn eine Dierschwert hast? Was ist denn eine Rüstung? Ich hab nur Dierschuhe und Dings. Ja, reicht mir. Dann lass mal hier rüber. Baut ich mal. Ja. Ja. Ich hab noch welche. Ich hab nur ungefähr nen Stack. Insgesamt. Boah, der hat einer. Die haben beide Dierschwert. Also der eine ist Phosphol-Dia. Tank-Kit halt. Achtung, Angel. Ja, dann. Sehr geil. Dann gehen wir noch recht drüber, oder? Ja, ich hab nur noch. Genau zu sagen 33 Blöcke. Ja, ich hab da noch übrigens Deck, ne? Warte, die kommen rüber, die kommen rüber. Lass mal so tun. Baut dich mal rüber, tu mal nur so. Ich sag dir schon Bescheid, wann die kommen. Warte, ich mach F5. Die sind da, die sind da, die sind da. Nicht töten, nicht töten. Ich will die... Ja, ich mein aber nicht so töten. Da kommt mir nix hin. Nein, ich bin F5. Nein, ich bin feier. Ich hab ihn umgebracht. Ich hab ihn umgebracht. Ich hab zwei Kills. Der ist runtergeflogen. Und der andere, den hab ich auch runtergeschmissen. Ne, hab ich ja umgebracht vor dir. Oh, ich hab nen Lockback-Stick. Geil. Was war das denn? Auf einmal das... Boah, ich hatte eben schon... Bevor wir das hier jetzt aufgenommen haben, das ist unsere erste Aufnahme gerade. Alter, da hab ich schon allein gespielt und da war schon mega spannende Runden. Ich wünschte, ich hätte dir diese Runde aufgenommen, ey. Aber hab ich nicht. Ich hab noch vier Dears. Ne Angel haben wir auch noch. Als ob einfach mal direkt zwei Teams kamen, ey. Du hast auch zwei Kills, ne? Äh, ihr. Ja. Das haben wir ja schon mal für ihr zusammen gemacht. Ja, meine Hände, oder? Ich bin immer noch so voll am Zittern, ey. Oh, da war ein Trank. Das war aber ein Trank, den ich nicht kannte. Ja, war bestimmt jemand ne Hexe. Das kann sein. Ich bin mir scheut, dass derjenige dann den Trank auch nicht benutzt hat. So. Du kannst ja jetzt theoretisch hier rüber laufen. Oh Mann, ey. Hauptsache, ich mit dieser schlechten Rüstung... Ja, ich hab den auch schon geschlagen, ne? Ist ja nicht so, dass ich da... Ich bin die Einzige, die noch so übrig geblieben ist. Ja, ich bin halt auszusehen Feuer gelaufen. So, ich hätte gerne nur noch ein paar Dias. Ich glaub, drei Stück brauch ich noch. Da oben ist auch noch einer, wo man siehst. Die sind abgebaut. Geil. So, das ist unsere Base hier sogar. Ich weiß grad nicht. Ja, das ist unsere Base. Okay, ich muss hier aufpassen. Wegen Haftslips. Oder Treppe. Ah ne, wir waren auf der linken Base, da wo du grad herkommst. Kamen ja zwei Teams hier rüber. Müssten ja dann zwei Bases sein. Ach, hier sind auch die. Ist gut. Vorher nur drei. So, hier hinter müsste irgendwo einer sein. Keine Ahnung. Oder auch nicht. Ah, da ist noch einer. Hört, ihr wisst ihr, was fertig ist. Was? Das Bild, was ich gemäult habe. Herr Bergmann das. Hab ich fertig. Geschnitten. Wollte ich nur noch hochladen. Kann ich hochladen schon auf Privatstellen. Ja. Aber was wir immer noch fertig haben ist, weil Michelle so langsam und so faul ist. Was? Ich hab schon wieder zwei Sachen aufgenommen. Das ist halt viel Arbeit. Von vorne und einmal das Haus. Von vorne brauchst du nicht, das sieht bescheuert aus. Hab ich trotzdem gemacht. Aber ich hab das direkt gelöscht. Ich hab das mir erstmal so. Ich hab mir die alle angeguckt. Natürlich ne. Auch in einer halben Stunde, da muss ich mir dieses eine angucken. Achja. Ja. 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 Weil die Michelle hat Scheiße aufgenommen. Die hat so aufgenommen, dass die Sonne schön blendet. Das ist aber normal. Das ist halt die Sicht, wo wir halt aufgenommen haben. Du hast aber von unten so, dass die Sonne direkt vor der Kante da aufgenommen hat. Ja, das geht nicht anders. Weil die Sonne kommt ja eh hoch. Die wird so oder so im Bild immer sein. Ja. Wir haben halt diese... Du hast von unten aufgenommen. Du musst von oben aufgenommen. Ja, wir haben so gesehen von der falsche Sicht gehabt. Ja und du hast meinten... Wir hätten dann hinten rum machen müssen. Wir haben halt da gebaut... Ich meinte nicht, dass... Ich meinte, ich finde nicht schlimm, dass die Sonne da drin ist. Aber wie du das von der Perspektive her gemacht hast, ist die Sonne schlimmer da. Weil du von unten filmst und die Sonne genau dann auf... Auf... Auf durch... Strahlt... Oh Gott. Ist das noch ein Zweierteam? Ja, es gibt noch ein... Es gibt zwei Zweite. Es gibt alles auf Team. Es ist noch einer. Ja, und die Sonne strahlt da voll drauf. Und dann ist das Bild einfach nur ganz dunkel gewesen. Das ist sowieso zwischendurch dunkel, weil Michelle vergessen hat, am Anfang immer Tag zu machen. Ja. Und du hast so oft Sachen so aufgenommen, dass sie zum Beispiel, wenn die so nach rechts fallen, dass du das übertrieben zu viel nach rechts hast. Das ist im Bild zu scheißern. Geht mal lieber ein bisschen mehr da hinten. Das soll immer mittig sein am besten. Diese Sachen. Und mehr von oben, dass man das auch sieht. Jetzt einfach ruhig mal. Du musst konzentrieren jetzt. Wo du den Brunnen gebaut hast, konnte man nicht sehen, was du im Brunnen machst. Bist du verrückt? Oh mein Gott! Als ob das gerade so geschehen ist. Was gewonnen? Als ob! Als ob! ich einfach gewonnen habe. Was war das denn? Wie kurz ging die Runde? Hä, waren da nicht noch vier Leute? Nein, das war die einzige noch. Oh mein Gott! Wie kurz war die Runde? Hä? Das war nicht so richtig komisch. Das war unsere erste Runde, die ich heute spiele und ich gewinne einfach alleine. Ich habe eben auch schon, wie gesagt, solche Runden gehabt. Wie kurz war die Runde? Weiß ich nicht. Ich gucke eben. Äh, acht Minuten gerade. Okay, dann reicht das ja schon. Ich dachte, wir hätten nur zwei Minuten oder sowas gehabt. Nein! Es kam mir so übertrieben kurz vor. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Das Ende war so bescheuert, ey. Am Anfang war es schon spannend, wo direkt zwei Teams auf uns kamen und wir hatten überhaupt gar keine Rüstung wirklich. Und die hatten einfach Fuldia. Oder Tank mit so eigentlich, aber... Warte. Ja, wenn es euch gefallen hat. Oh Gott, ich bin immer noch so am Titeln. Ich check das immer noch nicht, wie ich das gewonnen habe. Ja, ich habe auch eben. Ich bin auch noch das Mann von ihm. Ja, mein Gott, mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.